ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge omsi 2 der omnibus simulator mit mir den seewitter let's player wir fahren heute die linie 306 auf bad hügelsdorf vom august platzt zum wieseneck friedhof mit den mitgelieferten man ja wie schon im live stream gesagt mein komplettes omsi ist gelöscht ich habe keine screen objekte keines blinds mehr vom städte dreieck wer mir die schicken kann wäre das oder wäre das nett denn im moment kann ich nur batterie batterieburg genau alles klar bad karlstein fahren oder halt was anderes ja genau und ich finde bad hügelsdorf eine sehr schöne map also sie ist so schön gestaltet ihr hört gerade weihnachtsmarkt musik hier gibt es den weihnachtsmarkt shuttle und so ja geil geil kann ich nur sagen ja wir steigen auch gleich mal ein das hier ist unser fahrplan ungefähr sagen wir eine halbe stunde kommt glaube ich ganz gut hin wir wollen auch nicht lange schnacken kopf im nacken 8 minuten haben wir noch also stellen wir mal die zeit vor so wie man es kennt in omsi auf machen muss mal 15 nach so dann leuten hier die glocken machen den motor mal an gut auch nicht stell noch kurz dass das sind jetzt los um sie muss nachladen ups so und dann fahren wir vor müssen hier eine runde turn around noch nicht genügend druck luft hier man komm 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 ja hier kommen ja klar nicht rum turn around haben sie gesagt und was haben wir davon nix so ihr hört ich bin noch ein bisschen erkältet also ein normal ticket oder kriegen wir in 2 60 ist ja wie beim automaten ja auch so oder kannst du ein kleingeld raus eine tageskarte möchtest du oder was touristen ticket bitteschön abfahrt ach ja ich hoffe ihr hattet alle einen schönen zweiten advent äh zweiten advent einen schönen vierten advent ich war jetzt sieben tage krank hatte den computer äh wie sind die 306 also müssen wir recht was ist denn hier unsere farbe dieses komische blau nee ich hatte fünf tage den computer nicht benutzt oh ja sorry ja was machst du jetzt ich hab dich nicht gesehen kollege ach man hier passieren schon wieder dinge der hat einen schönen euro fünfer ja warte so kommst du da jetzt vorbei so ein spiegel hat er mitgenommen egal ach so hier ist hier ist nur ja ja erst mal ein schluck tee trinken hier du stehst aber toll hier ja ich setze jetzt nicht nochmal zurück du da habe ich jetzt keine lust drauf ach er hat 15 er hat einen 15 meter karren ja wenn du da jetzt stehen bleibst dann komme ich vorbei ja oder so man 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 hier wird es schon wieder zu wild so das wird hier schon wieder alles zu wild moin tschüss ja hallo 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 servus ich brauche eine normale farbkarte guten tag eine normale farbkarte Hallo. Hallo. Gott zum Großer. Ja Mensch, dann mach ich, ob ich die heizen kann. Eine Minute Verspätung hier schon. Hey Joel. Du kanntest mich schon vor dem Hallo, ne? Die Heizung ist aber auch nervig im Hintergrund. Muss ich ja sagen. Hier möchte keiner mit. Umso better für uns. Die Funksprüche sind auch geil hier. Auf Bad Hügelsdor. Oh Gott. Kommt der da irgendwie durch? Ja, meine Tür ist jetzt eh kaputt. Hallo. Einmal normal. Einmal normal. Das kriegen wir hin. 260. Bitteschön. Schindern Platz. diesen wagen hier kann man auch sehr gut rasen für mich genauso wie der c2 aus den drei generationen man hat ja immer gesagt heizen heizen müssen hier links ja die 306 der will auch noch jemand aussteigen aber unsere verspätung die ist ja nicht mehr so groß nach vor allem bin ich hier angehalten mann 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 das hätte er sich auch sparen die katastrophe hier schon wieder wenn hier die sonne knallt dann knallt es aber richtig dann muss so dass rollo schon ja bis zur hälfte runter ja nix gesehen nix gesehen so noch ein schluck der macht uns froh und munter das weiter geht auch noch bin ich falsch abgebogen ja tatsache mann ein let's fail hier wieder man kennt's mensch 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 das geht so nicht aber das kriegen wir wieder hin so und der sei laber her den habe ich noch gar nicht die haben eh verfrühung gar nicht so fast jetzt muss ich nur gucken welche das war die hier glaube ich ja das ist ja mal wieder katastrophe hier naja wir gucken einfach mal wie das mit der zeit hinhaut vielleicht ist die haltestelle ja hier schon gleich ja passt hier hallo 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 eine tageskarte ach so er kriegt eine andere hey das Ticket wollte ich doch gar nicht das hier ja sorry 360 mann 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 äh 40 vielen Dank ach sorry einmal bitte danke einmal bitte danke das ist aber auch geil ja dankeschön einmal das Tagesticket bitte einmal das Tagesticket bitte schön ein Ticket bitte mhm gleichste Lippelwand 212 212 bitte schön bei mir im Busranderleer ist Tageslichtbräuchstimmer das haben wir heute aber auch schon gehört mit dem Funkspruch mit dem Funkspruch soo Tee ist alle mann kenn's mann kenn's und die grüne Ampel wird jetzt auch zu glückgrün hoffentlich auch dauergrün hier soo wir fahren links es ist aber auch schön dargestellt hier ne muss ich sagen schick schick das ist genauso wie Bremen Nord ich habe heute auch gesehen irgendwie Kiel ist rausgekommen oder so keine Ahnung dritte Ausfahrt muss ich mir mal nachher angucken woher kommt der denn außer Pampa hier wird gebaut auch schick ich wollte grad sagen Ersatzhaltestelle Hallo Servus Abfahrt 2 Minuten Verspätung ich weiss gar nicht woher die kommen komisch komisch Moin Meistens wenn man die Haltestelle schon auf der anderen Seite sieht ist sie dann auch genau in dieser oder nach der Kurve ok wenn man man hallo hallo ein Normalticket bitte ein Normalticket das kriegen wir hin Dankeschön bitteschön einen normalen Fahrstatt bitte so das kriegen wir auch hin Dankeschön ich fand mein Fahrstattkino also eine Kurzstrecke N1 50 50 40 Vielen Dank bitte noch ein Collegium wo hin Kunsthalle 1 2 2 3 4 4 4 5 6 Man kennt's. Man kennt's. Ohm sie der Ladesimulator. Das ist auch das erste Mal auf Bad Hügelstorf, das ist so lange late bei mir. Sonst war das nie so. Ohm sie kriegt einen zu viel. Hashtag Ohm sie der Ladesimulator. Ja, was machen wir denn jetzt? Soll ich die Kekse rausholen hier? Mh. Einfach mal diese Stille genießen Naja, diese Stille Es ist der Motor Ob Om sie jetzt abbraucht oder nicht Ich bin mir da ja immer nicht sicher Meist geht es dann nach ein paar Sekunden weiter Wir machen einfach mal den hier Oder wir sehen uns gleich wieder Gucken was Om sie sagt Warten auf Programm Machen wir mal so Naja, ich würde sagen Wir sehen uns gleich wieder Bis gleich Bis gleich So Mann, 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 Mann Ach du Scheiße Ja, wir müssen ja in die Kunsthalle Also müssen wir hier auch links Hier will gar keiner mit Nö Warum steht den 106 Ja, Augustplatz Achso, ja Wow, warum macht man das ja nicht auf eine halbe Stelle Oh, Katastrophe Mann, Mann, Mann Die Airstormen Die Airstormen die Folge seit langem mal wieder Und heute passieren wieder Sachen Das ist einfach zu wild So So Hallo So Jetzt müssen wir hier nur noch die Ampel abwerten Oh, grün Oh, grün Das pisst hier Außer das hier Das pisst nicht so Oh, schöner Tunnel hier Hier müssen wir mal Äh Mit Regen fahren Ob das hier durchregnet oder nicht Weil das sieht ja schon edel aus hier, ne Erstmal abschecken hier 306 Müsste stimmen, ne Ja, toll, egal Weil nochmal Verfahren will ich mich nicht Wir hören Ich habe hier zwei irgendeine Fahrgäste Die beschmieren hier den Bus mit Edding-Stiften Bitte die nächste Haltestelle anfahren Wir schicken die Polizei Okay, aber dann lasse ich keinen raus, oder? Nein, das wäre ja nicht klug Mensch, wir fahren hier aber auch durch die Pampa Hier hätten sie auch dynamische Höchstpfeile nehmen sollen Das wäre alles viel besser gewesen Gut, hinter Hallo, hallo Na ja Aber das ist ja alles Abhängig von den Webber-Bauern, ne Kleingedonnen-Straße Kleingedonnen-Straße Haben wir eigentlich über den Hauptbahnhof? Weiß ich nicht Das war jetzt gewollt Hallo 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 Eine Kurzstrecke Hi Eine Kurzstrecke, die kriegen wir hin Dankeschön Bitteschön Drei Eichenkapelle Mensch, die roten Ampeln Die nerven so ein bisschen Jetzt habe ich hier nur eine rote Phase Das ist ja Katastrophe Na, kriegen wir hier auch mal grün Ja Ich habe gelesen In der Omsi-Auswahl Der hat 360 PS Dieser Wagen Deswegen zieht er auch so gut Das macht alles einen Sinn Das macht jetzt alles einen Sinn Wir haben aber gar nicht mehr so viele Fahrgäste Also ich kann eigentlich sagen Das hier ist mit Mein Lieblings-MHN So wie aus Bremen Nord Weil Die Texturen sind einfach geil Die lassen sich Super fahren Kann man nicht meckern Umsteigermöglichkeit Zur Linie 301 In Richtung Hauptbahnhof Also fahren wir nicht über den Hauptbahnhof Naja, hätte hier sein können Ich glaube Die Verspätung holen wir nicht mehr auf heute Hier ist 50 Mann, Mann, Mann Oh Wieder dieses abrupte Bremsen Das verstehe ich immer nicht bei den KI-Autos So Wo müssen wir denn hin Geradeaus Oder was Bahnhof Wörtherstraße Was ist denn hier unsere nächste Haltestelle Wörtherstraße also geradeaus Das kriegen wir alles hin Moin 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 Schon wieder rote Ampel Wörtherstraße Das kann nicht sein Wo sind wir denn jetzt überhaupt gerade auf dem Fahrplan Nein Wörtherstraße Da Boah wie ist echt Mensch Der tut mir aber leid Alles zu um Wild heute Ein bisschen ver Unfortunately ein bisschen Verspätung jetzt Midque 30 15 meter Ja, moin. Ja, hier will gar keiner. Dann, Jad. Das ist schön gemacht. Das muss man ja schon sagen. Der fährt auch nie im Leben 30, der vor uns. Der fährt 50. Das ist mies, wenn Hochsommer ist und die Klimaanlage nicht funktioniert. Oh, oh, oh. Da. Da gehst du kaputt. Moin. Der fährt so große. Eine normale Fahrkarte, bitte. Ja, da kriegen wir ihn. 260, ne? Äh. Ja, sag allo, wo bleibt mein Ticket? Ja, warte doch, Alter. Entspannt alles. Naja, das Geld kann ich gut für die Kaffeekasse brauchen. Ja, siehste. Ja, siehste. Der passt noch alles. Ein bisschen Slalom hier, dann geitert. Das ist aber auch heute eine Kur wie gefahrt hier, da kommt keiner, den lassen wir mal lieber durch. Wie viele kommen denn da noch? Da ist frei, hier ist auch frei, der passt. Hier will gar keiner. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt sehe ich nichts. Jetzt sind wir aber wieder gut mit der Zeit. Ich habe doch was aufgeholt. Da habt ihr das Schild gerade gesehen, war ja völlig ranzig. Aber schön. So gefällt mir das. Stettin, die Karte, die gefällt mir auch. Da ist schon wieder so ein ranziges Schild. Cool, cool. Da ist eine Haltestelle, also müssen wir um die Kur. Ja, oder hier. Auch gut gemacht. Junge, 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 was ist das für eine Haltestelle hier? Hätt sich das ausgedacht. Da will sogar noch jemand mit. Hi. 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 Das finde ich cool. Ich verstehe. Was steht da? Terminus. Kirche Terminus. Nee. Wie vorhin gerade wusste, Leute. Geh. Töger. Hier haben wir. nur noch eine eine sonst keine die 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 Und das reicht. Du schon wieder? Was willst du? Der Praktiker, ich bin immer noch dabei. Du meinst mein Sohn? Ja, der ist... Am Betriebshof, der kann schon mal einen Kaffee kochen. Oh, das ist gut, dann kannst du in dein Fach gehen, da liegt nämlich schon die Abmahnung drin. Der war gut, ey. Hier müssen wir halten. Ne, hier ist Wiesenhof Friedhof. Ach stimmt, ja. So, ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen, das kleine Ründchen Omzi 2, der Omnibus Simulator mit mir, den Sevilla Let's Player. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Es ist na klar, wie immer euch überlassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren jetzt kostenlos, so wie auch ein Google Konto. Und dann sage ich erstmal, bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.